Die University of London ist eine der ältesten, grössten und vielfältigsten Universitäten in Grossbritannien und gilt weltweit als führend in der Hochschulbildung. Die Sicherheit für ihre Studenten und Besucher ist von grösster Wichtigkeit für die Universität und so entschied sie sich für eine Verbesserung der bestehenden Systeme. Darunter fielen unter anderem die Videoüberwachung aller Ein- und Ausgänge und der Empfangsbereiche sowie die Erhöhung der Sicherheit für die Studentenwohnheime. Darüber hinaus wurde auch der CCTV-Kontrollraum der Universität modernisiert. Erneut spielte die hochleistungsfähige Videoüberwachungstechnologie von Samsung eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht die Echtzeitaufzeichnung für alle 90 installierten Kameras in den Aussenbereichen und in den Gebäuden auf dem Universitätsgelände. Durch den Einsatz eines vorhandenen hochleistungsfähigen Sidewide Lines kann sowohl das Personal für das Gebäudemanagement der Universität als auch das Sicherheitsteam mit Samsungs NetEyeWare oder Smart Viewer Software auf die Live-Bilder und Aufzeichnungen zugreifen. Wir machen die interesse. Wir machen die zwei, die erste und die erste und die erste Einheit über das Klimawandel. Das Klimawandel geschaut wird, für die